aber hauptsache unter wasser ein schwert ist klar stipp stipp ja toll da wir ein leben ich will dadurch das wäre so richtig cool aber nein ich darf ja nicht stipp 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 was zur hölle ein elefant oh mein gott was kann der außer okay ja das auch wieder so ein apfel werfen da oh gott geh weg geh weg ich warte jetzt einfach hier oben hier kann aber nichts kam mir hoch ich hatte es einfach bisher hier hoch springt was ist das für ein komisch elefanten zwei beine keine arme voll das kranke spiel hier hier werden einfach mal aus tieren irgendwelche mutanten viecher gemacht du sollst hüpfen okay ganz ruhig willst du nicht hier rüber rollen anstatt deine dummen äpfel zu verballern stipp stipp wow uncool elefant na sehr geil noch ein treffer und ich bin hinüber eigentlich kann ich gleich aufgeben sowas kriege ich doch nie ja vor allem wegen solchen aktionen stirbt das wäre beinahe fehl gewinnen das ist mir zu riskant kommt hier stirb 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 komm komm werfen apfel oh mein gott ein leg wow okay jetzt heißt es mich oder dich du oder ich elefant oder kirby elefant ich habe es wirklich geschafft ich habe bei einem kirby spiel den game over screen gekriegt alter bin ich kirby du hast zu spielen ich habe zwei ganze leben und wird war okay dann halt das ganze nach mal because we are ich werde dafür jetzt alle sterben grausam und schmerzhaft durch den ball des todes den wir jetzt nicht mehr brauchen oder so oder so oder so sehr geil hallo na geil wie kann man zu unfähig sein kirby spielen zu spielen so was ist rein laut einsteins gesetzt gesetzen schon unmöglich komm kirby geht das vielleicht schneller nein geht es nicht sehr geil ok habs wieder verkackt because i was zu langsam und so und wir kriegen wieder kein extra leben sehr geil ok was könnten wir gegen diesen penner gebrauchen das hier können wir glaube ich gut brauchen irgendwie voll seltsam oh was davon können wir brauchen ja ja nehmt wow na geil sehr sehr klasse gleich nochmal stirb stirb elefant wow nein schon noch zweimal treffen und ich bin schon wieder hinüber nein komm der muss jetzt sterben come on come on warten warten auf den apfel und bam abhauen und das war dumm und jetzt schnell bam zu nah am gegner ich bin doch so gut oh god leute wieso bin ich zu schlecht für ein kirby spiel ich bin das dümmste vieh der Welt wenn man mich als vieh bezeichnen könnte bam wow sehr geil sehr geil jui und gleich wieder verlieren na sehr geil sehr awesome kirby stirb 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 nein diesmal nicht stirb 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 gestorben sehr geil alter du regst mich richtig auf gestorben gestorben nein jetzt aber so fick dich und fahr zur hölle kack elefanten mist gebohrt nicht aufregen musik ist viel zu schön das kirby ist viel zu rosa das spiel ist viel zu süß um aufzuregen extra vier oh god ich sag mal wieder einen schnitt machen ich mach kurz den schnitt bis gleich wie du da und was war hier nochmal kämpf um maxi tomaten um spezial power oh god das war hier sehr geil sehr geil xoneres mit einem einzigen leben noch hier gleich auf okay xoneres ist erneut tot egal wie der mit null leben oh god ja den Ultra Modus d nicht mal die stacheln können wir was anhaben und einfach hinüber was das für ein vieh was ist das will wissen du kannst doch sicher was frost sehr schön als wird alles einfach mal frustriert ich klatsche mir gerade selber sehr geil nach eigentlich fortsetzen drücke werden um ein high score dann ist es mir egal einfach durch alles durch fliege und hierdurch dennoch töten oder auch nicht okay den wollen wir hier ich will frost because it's cool so zack zack nee der ist mir zu heikel toll hier war gleich die tür gewesen und eisman kirby stirbt was war das nicht schon wieder ich mache es einfach ständig so okay und den hier früher ein penner und stirbt sehr geil sehr geil ich mag die typen überhaupt nicht fans okay gut sehr geil okay gut das war fast knapp das war fast gut komm her komm her zu onkel frost mann scheiße nein will frost zu spät fehl was bist du fireball was kann das ding als brennender ball schieße ich durch die luft keiner kann mich das ist ganz praktisch würde ich sagen wenn man es kann und wenn man die fähigkeit nicht verliert so ich habe ich habe ich habe es im auge es juckt so töten ich bin viel aus aus form als du das ist sehr geil sehr geil wie soll ich dadurch kommen so bonus leben ich bin hier ja apfelsaft ach kirby warum rutscht du das war viel zu langsam nein das war gar nicht schlecht ich habe wenigstens wieder drei leben so wir töten noch den boss gegner aus dieser stage und dann ist erst mal sehnte für heute wie soll ich da jetzt bitte durchkommen also ein frosch und natürlich falle ich in den rhein ein frosch den ich unter wasser nicht einsaugen kann wieso nicht das ist es man 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 Untertitelung des ZDF, 2020